Heute möchte ich dich mal aufklären, warum du dich eigentlich selber gar nicht gegen eine DDoS schützen kannst, sondern eigentlich nur dein Provider des Vertrauens. Ist jetzt egal, ob Hetzner, Netcarb, 1&1, Strato, wo auch immer. Denn dein Server hat in der Regel, wenn du alles normal hast, eh nur eine 1-Gigabit-Verbindung. Und wenn du dann doch mal Ziel eines Angriffs bist, kannst du halt eben gar nichts tun. Deswegen lasst euch nicht immer verwirren, was im Internet steht. Was kann man gegen eine DDoS tun? Im Endeffekt, wenn es dieses Szenario ist, wie wir es gerade gesagt haben, du hast einen Server mit einer Gigabit-Verbindung, kannst du im Endeffekt eigentlich gar nichts tun, außer auf das Vertrauen setzen deines Hosters. Aber lasst uns einfach mal kurz mit der Theorie anfangen, denn ich habe hier einfach mal ein Beispielsystem mitgebracht und ich habe euch das Beispielsystem natürlich auch aufgebaut. In unserem Beispiel habe ich hier einfach zwei Netze. Ich habe die jetzt hier oben mit einem Router ganz normal verbunden. Für dich jetzt frei übersetzt, stell dir das hier oben vor als der Verbindungspunkt von dir zwischen deinem Provider und deinem Server. Keine Ahnung, vielleicht hast du ja auch hier wie PFSense, OpenSense, Mikrotik oder irgendwas dazwischen, bevor deine Serverdienste halt irgendwie kommen. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal einen Mikrotik. Das ist jetzt einfach mal ein Router, Schrägstrich Firewall, wo halt eben der ganze Datentraffic drüber geht. Auf der rechten Seite ist jetzt dein Server, wo auch immer. Man kann gut erkennen, das bist du. Und auf der linken Seite, das bin nicht ich, das ist aber vielleicht irgendjemand, das ist auch eigentlich ein anonymes Typ, eigentlich auch falsch, egal. Auf der linken Seite ist auf jeden Fall irgendeine Art Angreifer. Ich habe es jetzt einfach mal Botnet genannt, der halt eben dich und deinen Server irgendwie so ein bisschen lahmlegen will. Und dieses Szenario mit diesen zwei Netzen, so dass das Ganze auch wirklich geroutet wird hier über diesen Mikrotik-Router, habe ich jetzt einfach mal beispielhaft dargestellt. Und jetzt werde ich dir zeigen, dass ich halt eben innerhalb von wenigen Sekunden deinen Server sozusagen ja erstmal außer Gefecht setze. Und ich zeige dir jetzt im Endeffekt erstmal gar keine DDoS, sondern ich zeige dir jetzt erstmal nur eine DDoS, also keine Distributed Denial of Service, sondern einfach nur, dass ich von einem Server aus dich auf deiner Seite mit deiner eigenen Gigabit-Verbindung halt eben so ein bisschen, ja, sofort lahmlegen kann. Und du dagegen so mit deinem Server nichts tun kannst. Aber gehen wir erstmal auf die Grundprinzipien ein. Was habe ich euch denn hier überhaupt aufgebaut? Ihr seht, hier ist ganz normal mein Kali-Linux. Mein Kali-Linux ist ganz normal eingebunden in dieses Netz namens 10.662. Das ist eben seine IP-Adresse. Und hier oben ist mein, nennen wir ihn jetzt einfach mal Opfer. Das ist meine Debian-Maschine. Und hier ist im Netz drin 10.6.7.2. Ganz wichtig, noch ist das Szenario so, wenn ich mal kurz unter Hardware gehe, seht ihr hier, ich habe hier einfach ein Netzwerk-Interface, was ich einfach mal gedrosselt habe auf einen Gigabit. Das ist das, was ihr vielleicht physikalisch in einer dedizierten Root-Server-Maschine, wie auch immer nennt ihr, wie ihr wollt, halt eben drin habt. Deswegen habe ich hier einfach mal angegeben, 125 Megabyte die Sekunde steht ja da, um halt eben zu simulieren, alles klar, du hast halt eben nur eine Gigabit-Verbindung, um mal zu sagen, alles klar, das ist dein Server. So, nachdem wir das haben, gucken wir ganz kurz auf die Mikrotik drauf. Hier habt ihr das auch, hier seht ihr eins und eins, jeweils aus den beiden Netzen, hat halt der Mikrotik. Und wir können jetzt gleich schön brav sehen, was natürlich auch der Mikrotik-Router hier in dem Falle macht. Firewall ist komplett abgeschaltet, also der lässt erstmal generell jetzt gerade eben alles durch, denn das ist ja auch eigentlich euer Eintrittspunkt. Vielleicht, falls ihr einen eigenen Router habt, das ist jetzt erstmal überhaupt dafür da, damit wir wirklich sehen, wie viel Traffic läuft, damit der Router auch einfach mal routen kann. Und wir vielleicht in weiteren Videos vielleicht uns zumindest um die Identity, nicht Identity, sondern Intrusion Detection System vielleicht so ein bisschen kümmern können, um zu sehen, was kommt denn da für Traffic. Gut, wir müssen noch eine kurze kleine Bestandsaufnahme machen, damit ihr auch seht, dass ihr halt eben nachher quasi ja handlungsfähig im Endeffekt seid. Wir gehen jetzt hin und das ist ja euer Server, das müsst ihr euch immer vorstellen, das ist euer Server. Ich habe dir noch extra mal nur zwei CPU-Kerne gegeben, damit wir sehen, alles klar, der Server geht halt eben auch einfach einfach mal an seine Grenzen. Das heißt, wir gehen auf die Konsole und machen hier einen einfachen Ping jetzt mal in Richtung dem Botnetz-System. Ihr seht, wir sind unter einer Millisekunde momentan unterwegs. Alle Pings gehen durch, eurem Server geht es halt eben wunderbar. Wir starten einfach mal BPY, dann sehen wir jetzt gleich auch wirklich, was auf dem System los ist. Ihr seht, momentan läuft im Endeffekt gar nichts. Dafür, dass BPY top hier läuft, ist hier so ein bisschen CPU-Last hier oben und das war es halt eben auch. Ich kann mal noch kurz umschalten, das Fensterchen, dann seht ihr jetzt einfach hier unten links auch volle der Anzeige, wie viel Netzwerkverkehr wirklich bei euch durchkommt. Ihr seht, die CPU tut ein bisschen was, hier läuft ja auch was drauf, zumindest momentan läuft hier nur BPY top drauf. So, unsere Rahmenbedingungen sind da, euer Server läuft, eure Applikation läuft, vielleicht ein Web-Server läuft da drauf oder sonst was. Und jetzt werden wir ihm einfach mal ein bisschen Hackengas unter dem Arsch geben und sagen, einfach mal hier auf unserer Angreifer-Seite sozusagen, schiebt doch einfach mal ein paar Informationen darüber. Und wir fangen jetzt einfach an, dass wir wirklich, ich muss mal eben die Befehle raussuchen, ich kenne sie nicht auswendig, einfach mal einen ICMP-Flut machen. Das heißt, wir fluten ihn einfach mal mit ICMP-Anfragen und das von wirkürlichen IP-Adressen. Auch das zeige ich euch, dass die Zurückverfolgbarkeit für euch eigentlich nicht machbar ist und maximal für irgendwelche Forensiker, die ihr halt eben wirklich auch auf die Infrastruktur im Hintergrund gucken könnt, was ihr einfach nicht tun könnt, könnt ihr auch einfach nicht sehen, okay, wer hat mich denn da angegriffen. So, ich habe gerade geguckt, hier oben Zeile 16 ist einfach der Flut, ich erkläre euch auch sehr, sehr gerne natürlich den Befehl einfach hier oben, Auswahl einfügen. Also wir nutzen einfach das Tool Hping3, dann sagen wir hier Flut, also gib einfach alles im Endeffekt. Run Source bedeutet, ja, Random Source IP-Adressen, generiere irgendwelche IP-Adressen, völlig egal, die du natürlich oben in den Header von deinem Paket reinschreibst und wir wollen eine ICMP-Flut machen und das Ganze wollen wir auf das Zielsystem 10.6.7.2 halt eben ganz normal losjagen. Sonst gehen wir nichts an, wie gesagt, man könnte alles noch filigraner machen, aber das lassen wir jetzt einfach mal so. So, wie gesagt, wir bleiben hier wirklich auf absolutem Low-Level, sodass ihr seht, dass ihr gleich einfach von eurem Server komplett handlungsunfähig seid. Das wird hier wahrscheinlich noch nicht reichen, denn das ist eine einfache ICMP-Doss jetzt. So, Traffic läuft, als allererstes gucken wir auf den ersten Weg, was kommt jetzt hier oben an? Jetzt kommen hier gerade schon an über 400.000 Pakete. 100, ungefähr 120, 124, wie auch immer. Megabit liegen jetzt schon mal an, das heißt, wirklich Pakete kommen da schon mal ohne Ende jetzt auf eurem Zielsystem an. Ganz wichtig noch, diese Pakete fließen jetzt auch durch euren Provider durch. Das heißt, der sollte jetzt schon an diesem Point hier eigentlich soweit sagen, oh, da kommen 400.000 ICMP-Pakete an, irgendwas stimmt da nicht, ich muss die jetzt mal umleiten. Falls er das nicht tut, das könnte hier zu wenig sein, habt ihr jetzt schon ein Problem. Dieses Problem schauen wir uns jetzt an, indem wir einfach mal auf euer System gucken. Hier ist ja jetzt dein Server. Lass uns mal drauf gucken. Also, ihr seht schon von unseren zwei Kernen, ein Kern ist irgendwie schon bei 100% angekommen, der andere Kern dümpelt ein bisschen vor sich hin. Hier unten sehen wir wirklich bei Incoming, ich muss mal eben das Netzwerkinterface umstellen, da steht es. Wir haben 100 Mbit und bekommen halt eben wirklich so 10 MB die Sekunde, kriegen wir jetzt gerade eben hier rein. Wie gesagt, das ist jetzt von einem System mit einem nicht optimierten Befehl. Wir reden hier, wie gesagt, immer noch von einem ganz normalen DOS. Also, wir machen einmal die Gegenprobe und machen einfach mal einen Ping. Oh ja, okay, der erste Ping ist schon mal verloren gegangen. Sollen wir mal gucken, ob noch weitere Pings verloren gehen bisher. Bisher geht es ja noch, aber ihr seht schon, ein paar Auswirkungen sind da. Hier war gerade mal wieder 3 Millisekunden, hier wieder 5 Millisekunden, wieder 5, dann wieder zwischendrin 0. Also, ihr würdet jetzt schon definitiv merken, bei so einem einfachen kleinen Ding, dass das System einfach mal wieder irgendwelche Pakete retransmitten muss, dass irgendwelche UDP-Pakete verloren gehen, dass irgendwelche Verbindungsaufbauten vielleicht halt fehlschlagen, weil irgendwelche Sessions geschlossen werden müssen und, und, und. Und das ist halt eben noch gar nichts im Endeffekt, das, was einen normalerweise ereilen würde. Und was könnt ihr tun? Das ist immer noch die wichtigste Frage. Was kannst du in dem Zeitpunkt von jetzt gerade im Endeffekt tun? Ich kann es dir sagen, du kannst im Endeffekt nämlich gar nichts tun. Du kannst maximal jetzt sagen, droppe mir die Pakete. Das tue ich außerdem hier schon bei dem System im Hintergrund. Aber machen kannst du jetzt gar nichts. Überhaupt nichts. Du kannst jetzt als erstes weiter machen, kannst es auf die Homepage gehen von deinem Provider und zu gucken, was er für eine DDoS-Protection vielleicht hat. Aber mit diesen Informationen gehen die auch immer sehr einfach um beziehungsweise sagen nicht viel, weil die sich auch nicht nackig ziehen wollen mit Informationen, was für ein DDoS-Produkt die einsetzen. Aber gut, dem ist ja hier noch nicht genug. Wir wollen ja ein bisschen mehr. Das heißt, wir gehen hier wieder in BPY-Top rein, gehen zurück in unser Kali-Linux und lassen einfach mal den ICMP-Flut hier laufen und suchen uns einfach den nächsten Befehl hier raus. Ich muss mal eben kurz als Admin einloggen. Als Admin drin gehen wir wieder in die History. Ich habe mir die Befehle ja alle rausgesucht und hier unten machen wir jetzt einfach mal eine ganz normale TCP-Flut hier unten. Da heißt, ich kopiere mir einfach mal den Befehl hier raus. Zack, Auswahl kopieren, Auswahl einfügen und wir schieben eben die nächste Attacke einfach auf die Fresse. Das heißt, hier passiert jetzt im Endeffekt, dass hier ein 120-Databyte-großes Paket ihm zugesendet wird. TCP mit so einer Art gefakten TCP-Handshake, der auf der anderen Seite zur Verwirrung artet und der sich eben um diese ganzen Pakete irgendwie auch noch kümmern muss usw. Aber wir gehen erstmal, wenn wir wieder in unser schönes Chart gucken, einfach mal wieder in den Verlauf und gucken als allererstes auf unserer Kiste. So, und schon sind aus unseren 100 MBit 600 MBit geworden und wir sind bei schlappen, ja, 800.000 Paketen, die jetzt erstmal, ja, erstens verarbeitet werden müssen von eurem Provider und natürlich, weil euer Provider jetzt gerade in diesem Falle nichts tut, von eurem Server verarbeitet werden müssen. Also gehen wir jetzt zu eurem Server, den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Euer Server da oben, das ist ja das Opfer in dem Falle. Gut, CPU-Last ändert sich nicht mehr wirklich, aber wir werden jetzt gleich sehen, dass wahrscheinlich sendende Pakete mit ICMP wahrscheinlich noch mehr auf die Fresse fallen. Ja, und was sehen wir da unten? Wir haben eine Download-Geschwindigkeit von ungefähr 50 MBit die Sekunde. Das heißt, es wird immer, immer mehr. Und jetzt gleich, wir sind schon bei der Hälfte angekommen. Und wie gesagt, die Befehle sind nicht optimiert. Wir könnten sie deutlich größer machen. Ist es nämlich jetzt schon, dass euer Netzwerk-Interface ja so langsam zugeht. Und das will ich jetzt euch auch noch eben zumindest zeigen. Wir werden den nämlich jetzt mal hier so weit anpassen, dass wir einfach mal die Datenpaketgröße einfach mal vergrößern und dann sagen, schieb uns doch mal, ups, jetzt habe ich das dazu gehört, einfach mal größere Pakete mit 1200 Bytes einfach mal auf die andere Seite und dann wird mit Sicherheit der Traffic hier jetzt schon ganz anders aussehen. Und ihr seht, wir sind jetzt schon am Limit angekommen von eurer 1-Gigabit-Verbindung und das Ganze mit einem Attack quasi. Es laufen gerade zwei Attacks gleichzeitig. Aber euer Netzwerk-Interface ist jetzt zu. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich habe dazu auch gleich ein bestes Beispiel. Also bleibt kurz dran. Ja, euer Netzwerk-Interface ist zu. Ihr seid quasi so teils handlungsunfähig. Eure SSH-Session ist eigentlich nur noch ganz langsam, wenn ihr irgendwelche Befehle eintippt. Naja, die Antwortpakete brauchen jetzt halt eben relativ lange, dass die verarbeitet werden. Und die müssen durch dieses kleine Rohr, 1-Gigabit-Verbindung, muss halt eben euer Datenpaket neben diesem ganzen DDoS, muss da jetzt durchfahren, aber kommt halt eben vielleicht nicht an, muss retransmittelt werden, hat eine extrem lange Zeit, eine extrem lange Antwortzeit und kommt halt eben erst keine Ahnung wann an. Ich würde sagen, wir gehen zurück zu unserem, wie gesagt, auch wieder oberflächlichen, einfachen Test und wir schicken einfach mal einen Ping los. Okay, ich sehe schon, der erste Ping kommt schon gar nicht mehr an. Mal gucken. Irgendwann kommt mit Sicherheit mal einer an. Also es sind schon sieben Stück verloren gegangen, bis gerade einer mal ankam. Ihr seht, ihr habt einfach wirklich keine wirklich großartige Chance mehr, da irgendwelche Datenpakete durchzubekommen. Und da ist halt eben das große Problem, wo ich euch drauf aufmerksam machen möchte, wenn euer Provider euch nicht wirklich, ja, den Fahrplan vorgibt und euch nicht wirklich schützt, bei so einer lausigen Gigabit-Verbindung, könnt ihr selber nichts unternehmen. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt eure Firewall einrichten. Ihr könnt irgendeinen Blackhole einrichten. Ihr könnt was auch immer machen. Ihr könnt irgendwelche wilden Firewall-Regeln einstellen. Ja, kommt aber trotzdem irgendwie was von außen, habt ihr halt eben ein Problem und ihr seid zu. Ist eure Leitung dicht, ist eure Leitung dicht. Und damit will ich jetzt eigentlich auch hier belassen, weil dieses Thema ist unendlich lang. Da können wir jetzt unendlich lang drüber diskutieren. Ganz wichtig ist, was ihr aus diesem Video mitnehmen solltet, ist ganz, ganz klar. Wenn ihr mal Opfer seid auf eurem Server von eurer DDoS, habt ihr nur eine einzige Chance. Wenn die Pakete bei euch auf dem Server ankommen, so wie wir es halt hier in dem BPY-Top sehen, dann ist das das Problem von eurem Provider und quasi nicht von euch. Er hilft euch im Endeffekt nicht. Beziehungsweise vielleicht seine eingesetzte Software hier oben kann halt eben diesen Angriff, den ihr gerade abbekommt, nicht identifizieren. Und wenn der nicht identifiziert ist, kann er diesen halt eben nicht vernünftig umleiten, beziehungsweise wegleiten, beziehungsweise blockieren. Und das ist halt eben das große Problem, was wir bei vielen Providern haben. Auch ich habe immer wieder das Problem bei meinem Provider meiner Wahl. Ja, weil dann trotzdem immer Gigabit für die immer noch so, ja, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Und wenn halt eben der Angriff auch noch augenscheinlich gut aussieht für das entsprechende DDoS-Tool, was eingesetzt wird, hast du halt ein Problem und du kannst nichts mehr tun. Abschließend natürlich ganz wichtig, falls euch das Video gefallen hat, lasst mal hier unten ein Abo da. Vielen lieben Dank dafür und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.